Die GNU-Linux-Distribution CentOS 7 erreicht in wenigen Wochen ihr Lebensende und damit wird das gesamte CentOS de facto tot sein. Wie das passiert und warum da leider kommerzielle Interessen eine große Rolle spielen, das schauen wir uns in diesem Video kurz zusammen an. CentOS ist keine neue Distribution, sie feiert im Jahr 2024 ihren 20. Geburtstag. Vielleicht hast du davon noch nicht so viel gehört, obwohl sie ja die GNU-Linux-Welt durchaus geprägt hat. Deswegen schauen wir uns als Beginn erst einmal an, was ist das für eine Distribution, woher kommt sie, was ist ihr Einsatzzweck. Im Kern geht es um eine freie Alternative zum Red Hat Enterprise Linux, das wird auch kurz nur real abgekürzt. Es entstand im Jahr 2002 als Distribution, die sich speziell auf Unternehmensanforderungen fokussieren soll. Die Ursprünge, die liegen 30 Jahre zurück. 1994 erschien Red Hat Linux und bereits zu dieser Zeit prägte es die GNU-Linux-Welt, außerdem genoss es eine hohe Verbreitung. 2003 öffnete sich Red Hat und hat das Ganze aufgeteilt. Aus Red Hat Linux entstanden Fedora und Red Hat Enterprise Linux. Entwickelt wird nun in der öffentlichen Open-Source-Gemeinschaft, eingeführt durch Red Hat, aber eben mit enger Abstimmung der Community. Fedora spricht Einsteiger und die erfahreneren Anwender gleichermaßen an. Eines ihrer Markenzeichen ist möglichst aktuelle Software, die aber nicht komplett ungetestet da reinkommt wie bei Arch Linux, sondern dennoch möglichst stabil sein soll. Fedora war eher für Privatkunden gedacht. Parallel wollte man mit den Unternehmen Red Hat Enterprise Linux verkaufen. Der Fokus liegt auf Stabilität sowie lange Unterstützung. Man bekommt bis zu 13 Jahre lang Updates für eine Hauptversion. Die Lebenszyklen von Fedora sind kürzer, es ist aber die Grundlage für Red Hat Enterprise Linux. Neue Änderungen kommen zuerst in Fedora, werden dort getestet durch die Community, bis sie dann später Red Hat meistens in Red Hat Enterprise Linux einbaut. Das wurde schnell zu einem großen Erfolg. Große Softwarehäuser wie zum Beispiel SAP, Oracle und viele weitere garantieren, dass ihre Software auf Red Hat Enterprise Linux funktioniert. Daher konnte Red Hat auch einige größere Kunden gewinnen. Hier zum Beispiel sieht man einen Auszug, das Verteidigungsministerium in den USA. Die sind vor einigen Jahren komplett auf Red Hat migriert und setzen das dort ein. Doch es gab einen Haken bei der Sache. Red Hat Enterprise Linux wurde ausschließlich mit Supportverträgen verkauft. Das kann durchaus für vor allem größere Unternehmen sinnvoll sein. Kleinere und Privatpersonen, die benötigen das meist jedoch nicht, mussten aber trotzdem den Support kaufen, um Red Hat Enterprise Linux zu bekommen. Nur wenig später entstand 2004, daher CentOS ist eine binärkompatible Alternative. Das heißt, es verhält sich eins zu eins so wie Red Hat Enterprise Linux. Doch man bekommt es im Gegensatz dazu ohne Vertrag. Es ist kostenfrei für jeden nutzbar. Möglich macht es die in Red Hat Enterprise Linux enthaltene freie Software. Red Hat muss diese Quellpakete bereitstellen. Die stehen öffentlich im Internet oder standen. Dazu nachher noch später mehr. Das war notwendig, um Lizenzen einzuhalten. Fast 20 Jahre lang gab es dadurch ein reichhaltiges Ökosystem für jeden. Wer Support wollte, ging zu Red Hat. Wer das nicht brauchte, konnte mit CentOS das Betriebssystem kostenfrei nutzen. Unterstützung gab es aus der Community. Es war also eine Art Geben und Nehmen. Alle profitierten, auch Red Hat. Sie hatten ja kostenlose Mitarbeit der Gemeinschaft an Fedora, was wiederum dann die Grundlage für Red Hat wurde. Lange Zeit war Red Hat ein Paradebeispiel dafür, wie man trotz oder gerade durch quelloffene Software trotzdem Milliarden verdienen kann. als eine Art Gegenpol zu den Unternehmen wie Microsoft, die sich ja auf proprietäre Software fokussiert haben. Vor einiger Zeit nannte der damalige CEO von Microsoft Linux, beziehungsweise die GPL-Lizenz dahinter, als Krebsgeschwür. Hier stellte sich zwar raus, dass er Lizenzen nicht richtig verstanden hatte, denn das stimmte so nicht, was er behauptet, habe ich hier mal in einem Artikel ausführlicher gezeigt. Aber das war eben Microsofts Haltung. Open Source hat keinen Wert. Das muss alles proprietär sein. Bei Red Hat hat es trotzdem geklappt. 2019 wurde Red Hat aber an IBM für 34 Milliarden US-Dollar verkauft. Dieses Geschäft wurde in der IT unterschiedlich bewertet. Viele sahen das kritisch, weil IBM als groß und träge gilt und man vermutet hatte, das könnte sich negativ auf Red Hat auswirken, die ja deutlich kleiner sind. IBM hat etwa 29 Mal so viele Angestellte gehabt zum damaligen Zeitpunkt. Da kann man sich die Verhältnisse grob vorstellen. Das Ganze war die drittgrößte Firmenübernahme in der Geschichte von US-amerikanischen IT-Konzernen, also durchaus kein kleines Geschäft. Um die Kritik zu zerstreuen, hat der CEO damals schon gesagt, wir haben da überhaupt nicht vor, das irgendwie kaputt zu machen. Im Gegenteil, hier sagt er, wir verpflichten uns, die Kulturführung und Praktiken von Red Hat zu bewahren. Das sei denen wichtig. Leider kam es doch anders rückwirkend, war das der Anfang vom Ende von SendOS, beziehungsweise sogar noch mehr. Fangen wir an mit SendOS Stream. Das kam im gleichen Jahr aus. 2019 war das eine Rolling Release Distribution, also fortlaufend aktualisiert und damit das komplette Gegenteil von SendOS, beziehungsweise Red Hat Enterprise Linux, was ja eine bestimmte Version war, die lange unterstützt wurde, ohne größere Änderungen. Hier bekommt man dann immer die neueste Software. Nur ein Jahr später, 2020, hat man dann angekündigt, der Fokus, der soll jetzt auf SendOS Stream liegen und nicht mehr auf den klassischen Releases mit den Hauptversionen, die sich nach Red Hat Enterprise Linux richten, also SendOS 7 zum Beispiel. Es dauerte nicht lange, bis das überraschend kurze Lebensende von SendOS 8 bekannt gegeben wurde, das war Ende 2021 und so kurz wie bisher keine andere SendOS-Version. Paradoxerweise hat das dazu geführt, dass die Vorgängerversion, also SendOS 7 und damit Red Hat Enterprise Linux 7 länger unterstützt wurde, als eben die 8. Version, die war 2021 End of Life, die 7. eben jetzt erst im Juni 2024. 2023 ging dann der Kampf von Red Hat, beziehungsweise IBM, gegen die Open Source Gemeinschaft weiter. Man hat nämlich aufgehört, diese freien Repositories, wo der Quellcode von diesen ganzen Paketen drin war, die nicht mehr öffentlich zu stellen, sondern bloß noch für Abonnenten, die eben also eine Red Hat Enterprise Linux Abo-Lizenz besitzen. Das war ziemlich umstritten. Ich habe hier damals auch einen Artikel zu gemacht, gerade mit dem Hintergrund, ob die das überhaupt dürfen, weil es ja doch gerade bei den GPL-Lizenzen ziemlich weitreichend ist. 2024 stellt man sich vielleicht die Frage, wie relevant ist SendOS heutzutage noch? Schwierig zu beantworten, wie generell mit solchen Marktanteilen. Ich habe hier mal einen Bericht von 2018 gesucht. Da sieht man, dass Red Hat ziemlich stark vertreten ist. Also hier bei Unternehmensumgebungen haben sie einen Marktanteil bei den Servern von über 32% plus eben deutliches Wachstum gegenüber vom vorherigen Zeitraum. Hier sind es fast 20%. Aus eigener Erfahrung hier kann ich bestätigen, in Unternehmen ist das relativ verbreitet. Gerade in Deutschland gibt es auch noch welche mit Zuse. Das ist aber, sage ich mal, eher so ein deutsches Phänomen außerhalb von Deutschland. Da ist Red Hat so die Nummer 1, kann man sagen, in zumindest vielen größeren Umgebungen. In der Gesamtsumme ist es so, da hat Red Hat vor einigen Jahren im Web zumindest hier größere Marktanteile gehabt. Hier waren es über 20% im Jahre 2016. Schon hier war es aber so, dass Ubuntu und Debian dem dicht auf den Fersen waren. Wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen hier reinschauen, also von jetzt, von Mai 2024, dann läuft die Mehrheit der Webserver mit Linux oder einem Unix-ähnlichen Betriebssystem. Das sollte jetzt nicht weiter überraschen. Jetzt gibt es hier eine Auswertung von den Distributionen. Da ist Ubuntu wieder ganz vorne. CentOS hat hier noch 5,6%. Aber auch die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, vor allem, weil der hier unten unknown über 55% hat. Also den Großteil von den Distributionen erkennt er gar nicht, was vielleicht auch auf Härtung zurückzuführen ist. Deswegen sehr schwer, hier das einschätzen zu können. Hier nochmal ein anderer Weg. Da ist jemand hergegangen und hat sich bei Apache Web-Servern diesen Server-Header angeguckt, wo im Regelfall die Distribution mit drinsteht, neben der Version und noch ein paar Informationen zu den Modulen. Da gibt es hier die Auswertung nach Hostname, plus hier unten nochmal nach IP-Adresse. Die sind wahrscheinlich etwas aussagekräftiger. Da sieht es schon deutlich anders aus. Da ist CentOS auf Platz 3 mit aber über 22% Anteil. Man kann ja so sagen, Ubuntu-Devian liegen ganz vorne, CentOS ist da nicht allzu weit entfernt. Und das eben bloß bei Apache Web-Servern. Es gibt ja auch noch Systeme mit anderen Web-Servern, anderen Diensten, die hier jetzt gar nicht in dieser Auswertung auftauchen. Fakt ist, gerade in Unternehmensumgebungen ist quelloffene Software, zu der ja auch Linux-Distributionen gehören, eher die Regel als die Ausnahme. Hier wurde eine ziemlich aktuelle Umfrage vom Februar 2024 gemacht, in Unternehmen, wie da so das Lagebild ist. Und hier sieht man, 98,5% von denen nutzen quelloffene Software, zumindest teilweise. Bei 45% ausschließlich. Auch beachtlich, dass die Hälfte nur auf quelloffene Software setzt. Der Kampf von Red Hat und damit IBM gegen die freien Alternativen, der ist noch nicht zu Ende. Relativ aktuell, erst vor wenigen Wochen hier, kam das Thema auf, dass CentOS rechtliche Probleme bekommt. Das wirft die Frage auf, welche Alternativen haben wir denn, wenn wir hier nicht unbedingt bei Red Hat jetzt zur Belohnung ein Abo abschließen möchten. Es gibt verschiedene Alternativen, vor allem zwei größere, die sich auch zunehmend etablieren, sind ja aus meiner Sicht erwähnenswert. Einmal Alma Linux. Es entstand 2022 vom Unternehmen Cloud Linux. Trotz diesem kommerziellen Hintergrund ist es frei verfügbar, kann man sich hier per Download runterladen, für verschiedene Architekturen wie CentOS früher und installieren. Leider gibt es einen kleinen Haken. Nachdem 2023 Red Hat die freien Quellpakete einschränkte, musste man hier gucken, wie man weitermacht. Da hat Alma beschlossen, wir geben die Binärkompatibilität auf. Bis dahin war es sein 1 zu 1 Klon von Red Hat Enterprise Linux, also ähnlich wie CentOS bis Version 7. Das heißt, auch Fehler von Red Hat zum Beispiel, die traten dort exakt gleich auf. Hier möchte man aber zukünftig einen Schritt zurückgehen oder muss. Jetzt hat man gesagt, man strebt an, dass die Applikationen problemlos funktionieren, wenn diese auf Red Hat Enterprise Linux laufen, aber es ist eben kein 1 zu 1 Nachbau mehr. Dieses Problem habt ihr nicht bei der zweiten Alternative, nämlich Rocky Linux. Diese Distribution wurde vom CentOS-Mitbegründer ins Leben gerufen und gilt daher als offizieller Nachfolger. Ebenso wie CentOS damals ist es durch die Community geführt und wird durch diese weiterentwickelt, ohne Unternehmen im Hintergrund, dass da eben kommerzielle Interessen verfolgt. Rocky Linux war am Anfang ebenfalls ein 1 zu 1 Klon, ist das Ganze aber geblieben. Auch manche Unternehmen sind mit der neuen Politik von Red Hat und IBM nicht so wirklich einverstanden. Daher hat sich die Open Enterprise Linux Association, kurz OpenElla, gegründet. Hier sind vor allem SUSE, Oracle und CIQ vertreten und haben sich zusammengeschlossen, um den Quellcode von Red Hat Enterprise Linux weiterhin frei anzubieten. Damit möchte man gerade diese Forks, wie zum Beispiel Rocky, unterstützen, damit die weiterhin frei verfügbar ihre Software anbieten können. SUSE hat sogar angekündigt, einen eigenen Fork zu entwickeln. Dafür möchte man 10 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen. Was da jetzt so der Vorteil sein soll, sehe ich persönlich nicht, denn den gibt es ja schon mit Rocky. Wir haben am Ende die gleiche Software. Da muss man gucken, was da noch kommt. Bisher kam da noch nicht so viel. Die Migration von CentOS 7 auf zum Beispiel Rocky Linux 8 oder 9, die bleibt keinem erspart, wobei das vorher schon bekannt war, das wäre auch mit CentOS so gewesen, dass man eben migrieren muss, nur jetzt halt von CentOS 7 nicht auf 8, sondern eben auf Rocky Linux 8. Für Unternehmen gibt es noch zwei andere Optionen, die zumindest als Übergangslösung interessant sein können. Bei SUSE zum Beispiel hat man ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem die Leute weiterhin noch CentOS 7 Updates bekommen. Das Ganze heißt SUSE Liberty Linux. Bis 2028 bekommt man da, wenn man bezahlt, noch weiter Updates, kann also die Migration verschieben. Das gibt es auch von anderen Anbietern, zum Beispiel Tuxcare. Auch da zahle ich dann einen bestimmten Betrag, im Monat oder im Jahr. Dann schließen sie bestimmte Sicherheitsmängel, damit man da eben weiterhin noch einigermaßen geschützt unterwegs ist. CentOS hat wohl nicht die höchste Verbreitung, vor allem auf dem Desktop. Bei DistroWatch zum Beispiel liegt sie auf dem Ranking nach Abrufen auf Platz 46. Beim neuen Rocky Linux sind wir bei 55. Zum Vergleich hier in einem längeren Zeitraum, die letzten 6 oder 12 Monate. Da sind die Distributionen wie MX Linux, Linux Mint, Debian natürlich auch ziemlich weit vorne und erreichen eine größere Bekanntheit. Das liegt wohl auch daran, dass man hier primär Unternehmen im Fokus hat. Hier hat auch Red Hat Enterprise Linux nach wie vor eine große Relevanz. Also wer beruflich mit Linux arbeitet, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man irgendwann mal einen Server mit CentOS oder Red Hat direkt hat, die halt in dem Fall auch ähnlich sind. Es kann aber auch privat für zum Beispiel das Homelab interessant sein. Einerseits als Vorbereitung, um schon mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wenn man damit im Unternehmen arbeiten möchte. Unabhängig davon können die aber auch für ihren langen Lebenszyklus interessant sein. Zum Beispiel Rocky Linux 9, was dann Red Hat Enterprise Linux 9 entspricht, kam 2022 raus, die Red Hat Version etwas früher, das End of Life ist 2032. Hier kann man also ein System etwa 10 Jahre lang betreiben, zum Beispiel einen Server, ohne neu installieren oder ein Upgrade machen zu müssen. Zum Vergleich bei Ubuntu, die pflegen ihre LTS-Version 5 Jahre lang. Vergleichsweise neu kann man bis zu 12 Jahre Support über Ubuntu Pro dazu buchen. Abschließend kann man sagen, Red Hat und CentOS, die haben die GNU-Linux-Welt über Jahrzehnte geprägt, bis zum Kauf von IBM durchaus positiv. Es bleibt spannend, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Alternativen stehen auf jeden Fall bereit. Rocky Linux wäre hier wohl der beste Nachfolger. Er ist weiterhin binär kompatibel, kostenfrei und auch eher communityorientiert. Was denkt ihr darüber und welche Distributionen verwendet ihr? Schreibt es gerne auf ULabs, den Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann bach's, bis zum nächsten Mal.